Was ist die Ausführung der Planung für den Anlauf des gesamten Projekts? Eine gute und eine ausführliche Planung ist sehr wichtig für den Ablauf des gesamten Projekts. In den öffentlichen Auftrag planen der öffentliche Planer. Wenn wir für Privatkunden arbeiten, dann planen dann der Ernst Streudis Jüeli, der Bauführer, oder dann wäre die Planung bei mir selber. Ernst Streudis Jüeli ist mittlerweile seit gut 15 Jahren bei uns im Betrieb. Er ist ein sehr guter Mitarbeiter, organisiert viele Sachen. Er plant viele Baustellen, holt Baubewilligungen ein, fix fertig bis zum Abschluss bis zur Unterschrift, damit wir mit dem Auftrag anfangen können. имetres Jüeli